Einer der erfolgreichsten Blues-Musiker Deutschlands kommt aus Lengerich. Er heißt Kai Strauß und ist zuletzt sogar auf einem internationalen Festival in Curaçao, das ist in der Karibik, aufgetreten. Seine Heimatstadt, die hat er deswegen aber definitiv nicht aus den Augen verloren, denn er organisiert schon seit fast 20 Jahren jeden Mittwoch ein Blues-Konzert in Lengerich. Und vor kurzem ist er dabei auch mal wieder selbst aufgetreten. Das macht er relativ selten. Aber klar, das haben wir uns selbstverständlich nicht entgehen lassen. Ein Laie hört das vielleicht nicht sofort, aber Kai Strauß gehört zur absoluten Spitze im Bereich Blues. Kai Strauß ist mit seiner Band mehrfach mit Musikpreisen ausgezeichnet worden. Vor dem Konzert hat uns der Mann aus Lengerich von seiner großen Liebe erzählt und wie er sie fand. Meine Mutter hat mich schon ganz früh hier in der Musikschule angemeldet, vor dem Kindergarten noch. Und dann ging es Schritt für Schritt bis zur E-Gitarre. Ich habe mit zwölf schon Chuck Berry gehört und mit 13, 14 dann B.B. King. Ich sage mal, man sucht sich seine Lieblingsmusik nicht aus. Man hört Musik als junger Mensch und bumm, dann trifft es einen wie ein Blitz. Und da war ich infiziert, schon als Teenager. Meine Freunde haben Falco gehört und, keine Ahnung, Ideal oder habe ich auch gehört, die Popmusik. Und ja, ich habe auch Rockmusik gehört. Aber dieses Interesse für Blues, das wurde immer stärker, immer stärker. Kai Strauß gründete als Teenager seine erste Band und spielte, wann immer es ging, Konzerte. Hier mal 100 Mark verdient und da mal vielleicht 50 oder, ja, das ging dann immer so weiter. Und ich habe, wie gesagt, auch mal versucht zu studieren, aber dann irgendwann so nach drei, vier Semestern, dann war die Liebe zur Musik doch irgendwie größer. Und dann sah ich ganz ehrlich meine Zeit als verschwendet an, da in Hörsälen zu sitzen, wenn ich doch Gitarre spielen könnte in der Zeit. Es war ein Risiko, Gans auf die Musik zu setzen, aber für ihn hat es sich gelohnt. Er ist inzwischen in über 20 Ländern aufgetreten. Im Frühjahr war Kai Strauß sogar zu einem großen Blues-Festival nach Curaçao eingeladen. Natürlich sind das fantastische Highlights, wenn man da in die Karibik eingeladen wird, wo eigentlich hauptsächlich nur amerikanische Bands spielen. Es zeigt einfach, dass was ich mache und was wir mit der Band machen, irgendwie, ja, auf Gegenliebe stößt. Und das ist auch international. Trotz solch internationaler Anerkennung sind ihm auch die kleinen Konzerte in Lengerich wichtig. Meist lädt er andere Blues-Musiker hierher ein. Ganz selten spielt er hier selber. Seine Lieblingsmusik soll in seiner Heimatstadt immer wieder live zu hören sein. Er selbst kann sich nicht vorstellen, damit einmal aufzuhören. Das hält mich ja wach. Das ist ja meine Leidenschaft, damit aufzuhören. Dann würde man mir was Wichtiges nehmen. Solange die Finger laufen, solange wird weitergemacht. Das ist ja meine Leidenschaft.